ARD Text im Auftrag von Funk Ach jetzt geht er zum Tor weißt du jetzt wo ich einfach friedlich rein spaziert bin Verdammt wo kommst denn du her Uiuiui Ups Ups Nochmal da drauf So Den Schleich crit finde ich echt geil Ich muss meine Fähigkeit mit Schleichen, äh, nicht Schleichen, sondern Assasin hoch machen, komm in der Geschichte voran, Stufe 16, hm, weise diese Fähigkeit zu, weise diese Fähigkeit zu, effektiv, äh, von Kiffel erhöht sich, braun, alles net, schade, uah, tschuldigung. Achso, was? Warte mal, Inventar, 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 Alter, Dolch, Alter, das hat sogar 32 mehr, uhu, aber warte, wir haben noch einen 13er Helm bekommen, kann das sein, da, den da, mürkischer Helm, äh, Helm sichtbar, Alter, was zur Hölle ist das für ein Helm, für die Brust, okay, da haben wir jetzt was, aber das bisschen stört mich jetzt auch nicht, ja, das lassen wir mal so, Wo sind die Drachmen, sag es! Kommt auf, komm! Haha. oh alter und auf der anderen seite wieder rausgezogen hammerhart man hammerhart du bist noch einer eigentlich bin ich ja für die spatiaten aber wenn die hier so meinen typen den wo ich holen soll einsperren dann müssen sie halt alle hier sterben sind das überhaupt spatiaten oder sind das die messertypen muss man aufhören ständig hoch und runter zu klettern was weiß der steht da oben du 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 hey Kumpel Überraschung komm ich da irgendwie runter ja da au dem geht es gut er liegt da nur warte ist oh da draußen steht der kapo alter was hält der aus sprich wir müssen halt wirklich erstmal die anderen killen er ist der berühmte letzte der überleben wird er wundert sich wahrscheinlich wo seine ganzen kameraden hin sind aber keine sorge er wird sie bald wiedersehen da ist fetter nein nein oh ja ah ja huuu Ah wenn mich jemand schauen kann es hilft mir Ah, Alter, mach mich nicht fertig, ey. Kann man jemanden töten? Der will da auch nicht weg, ne? Was machst du denn? Was für ein Trottel. Okay, der bleibt da scheinbar stehen und macht nix. Ab und zu dreht er sich rum, das kleine Arschloch. Der eine sitzt da noch dahinten, der eine ist hinten an der Wand. Wir haben den falschen Mann. Lass dich raus. Okay. Und holen uns den da oben. Hallo, geh hoch. Letzter. Oh, muss ich das ganze Ding benennen. Nicht rüberschauen, Kumpel. Danke. Oh, jetzt ist es dann der letzte. Last man standing. Oh. Na ja, da liegen schon genug Leichen rum. Der macht jetzt grau, das ist auch nimmer geoffert. Oh, wie er sich streckt. Na ja, er durfte sich in seinem Leben wenigstens noch einmal strecken. Wäre er kein Arschloch geworden, wäre er jetzt auch nicht tot. Ich hab die Startstärke jetzt damit voll runtergekauen, ne? Ja, 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 jetzt warte doch mal. Oh. Alter, geil. Alter, das war der Hammer. Ich fühl mich grad so gut, man. So fucking gut, man. Ja. Kein Ding. Egal was passiert, geh einfach weiter. Ich lasse dich nicht sterben. Ich kenne einen geheimen Weg hier aus. Es kommt nicht vor, als würden mich alle zwei Wochen hier einsperren. Sofori. Gini. Alter, was ist das für ein Weg, ey? Warte, 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 ich muss da was mitnehmen. Danke. Alter, was machst du? Cassandra, hör auf, überall hochzuklettern, wenn ich's nicht will. Wo ist der Typ? Ja, renn halt weg, oder? Kopfgeld entfernen. Ja, jetzt hab ich leider halt ne ganze Spartiatenfestung ausgelöscht, aber es macht halt auch einfach Spaß, einen nach und anderen von denen niederzumetzeln. Vor allem der letzte war halt einfach der, also das geilste, der geilste, eine der geilste Fähigkeit im ganzen Spiel ist, ist einfach dieser Spartiaten drin, ne? Du hast mich gerettet? Überrascht? Es ist nur, du siehst eher wie eine Mörderin aus, nicht wie eine Heldin. Ein Mann namens Agapios glaubt, du könntest den Eisvogel identifizieren. Wenn ich herausfinde, wer er ist, kann ich die Messer aufhalten. Ah, also willst du eigentlich euer Bäuer retten? Trotzdem, danke. Entschuldigung, kurz was gedrungen. Ich muss so viel wie möglich über die Messer erfahren. Sie sind so ehrgeizig und gierig ohnegleichen. Sie sind wie Piraten, nur organisiert, vermögend und mit guten Verbindungen. Womöglich gibt es mehr Hintermänner als nur den Eisvogel. Zwielichtige Organisationen auszuschalten ist meine Spezialität. Du musst mir alles sagen, was du über den Eisvogel weißt. Er kam zu mir, der Eisvogel mit seinen Schergen, und wollte Steuern eintreiben. Ich hab ihn bezahlt und reich gemacht. Wenn ich dir seinen Namen sage, bin ich ein toter Mann. Sag ihn. Ich kann nicht, was er mir antun würde. Und meiner Frau. Sag seinen Namen. Nerithos. Sein Name ist Nerithos. Aber du musst ihn aufhalten. Agapios Bruder. Er ist es. Oh fuck. Immer noch Agapios Hinweisen nachgehen. Ich will jetzt wissen, wer das ist. Das gehört ja nicht mehr zur Hauptquest, glaube ich. Das ist doch schlimm. Ich bin jetzt hier seit zwei Stunden bei einer Nebenquest beschäftigt. Ich will das jetzt aber noch beenden, bevor ich jetzt hier aufhöre. Alter, es ist das Gefühl, das ist auch wieder so ein verdammt langes Spiel, ey. Was soll der Scheiß? Was ist jetzt los? Oh, verdammte Scheiße, ist das ein Bär? Wenn er jetzt halt um die ganze Insel reiten will. Dämliches Pferd, dämliche Straße. Was habt ihr für Straßenbauern, Mann? Hier schaut, zack. Ah, da würde ein Schlachtfeld sein. Da wäre ich jetzt dann wahrscheinlich mit dem Laufen auch trotzdem schneller gewesen. Hier hot, hier hot, Pferdchen. Rade, geschwind, wie der Wind. Zack. Ich muss jetzt da noch eine Runde Red Dead Redemption aufnehmen. Zwei. Was ist das? Sind das Eisbären? Ah, ne, der Weiß ist bloß ein böser, ein böser, großer Bär. Warte mal, wie konnte ich noch absteigen, Kreis? Hallo, Bären. Boah, was halten die aus? Alter. Uh. Oh, 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 oh. Ja! Oh, fuck. Eui, eui, eui. Er hofft, dich hier einzuwischen, Bär. Uh, das war knapp. Du, das sind dämliche Tiere. Hopp, Winnie-Pooh, komm her. Alter. Ja klar, du sollst so fett, wie er da einfach wegkippen kann. Kick den Bär, kick den Bär. Boah. 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 Ich will mir nicht vorstellen, das zu trinken. Ja klar, du sollst so fett, wie er da einfach wegkippen kann.